Liebe Crossfit-Typing-Community, willkommen zum Homeboard Out am Samstag. In der Mobilisierung Aktivierung habt ihr wie immer zwei Runden. Sechs Scapular-Tiefs, sechs Leg-Dips-Offs und sechs Catbell Bottom-Up-Presses. Im Strength-Teil haben wir Giant-Sets, drei an der Zahl. Ihr habt Kettlebell-Pliopush-Ups, Kettlebell-Leg-Norror-Wings und Kettlebell-Bottom-Up-Leans. Das Ganze ist mit der Kettlebell durchputbar, natürlich auch mit der Dampbell. Solltet ihr kein Equipment haben, haben wir euch im Kommentarfeld eine New Equipment Version. Musik Musik Im Workout haben wir einen schönen Chipper 27-21-15-9 aus zwei Übungen, Kettlebell-Trusters und Kettlebell-Trusters. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei diesem Workout und freuen uns auf eure Resultate und Kommentare. Musik 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 Aufgekommen! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.